Schön, dass sich das Joel nochmal überlegt hat. Ellie war wirklich am Boden zerstört. Alle sind entweder gestorben oder sind vorher weggelaufen. Haben sie einfach verlassen. Und die kennen sich mittlerweile so lange, dass die Joel sich auch richtig, richtig toll findet. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Ha. Komm. Hier rüber. Okay, na los. Ich wette, hier liegt noch allerhand Zeug rum, aber irgendwie will ich gerade nur die Story weitermachen. Das ist schon ziemlich mitreißend, das Ganze. Okay, na los. Okay, vielleicht müssen wir hier zu Fuß weiter. Steigen wir das mal ab. Ruhig, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Es müssen einige sein, für so ein Vorhaben. Die reitet einfach mit, okay. Wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Toll wär's doch. Wir sind definitiv Runner oder Clicker. Eins von beiden. Hey, Shorty. Let's do this. Neue Waffe? Neue Waffe! Flammenwerfer! Legt mich am Arsch. Wie ich das noch erleben darf in dem Spiel. Okay. Ich würde mal sagen, schön geröstete Fungi-Clicker. Okay, machen wir Luki-Luki hier oben. Ötete. Alles, was wir lautlos erledigen können. Er spart uns viel Zappelei. Ja, fein. Ich glaube da agieren wir erst mal mit dem Molotov. Because why the fuck not. Die stehen aber alle so ziemlich einzeln. Also... Oh! Da rennen noch mehr hin. Da rennen alle hin. Das geht doch! Das war das. Tja. Das war einfach. Äh. Ich hab sogar noch drei Molotov-Ding. Ach. Herb derp. Nagelbomben wollte ich bauen. Okay. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Dann gehen wir hier runter. Fuck it. Boah, der Flammenwerfer ist einfach gigantisch. Wie passen überhaupt alle seine Waffen in den Rucksack? Tatsächlich? Und wie cool. Okay, der Generator läuft. Ich hätte hier nochmal auf den Knopf drücken müssen. Lame! Ich hasse den Namen. Ich hasse den Namen. Und Tafelnotiz. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. Genau. Jetzt machen wir den Schalter an, reiten durch und den Generator lassen wir an. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl... ...Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Ähm, nein. Na los. Ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Oh, ich will wirklich nicht singen. Das ist so süß gewesen. Affen. Das sind die infizierten Ebola-Affen. Die beißen unsere Ohrläppchen ab und dann kommen wir in Quarantäne. Dann wird auf den Reinigungsknopf gedrückt. A.K.A. Flammenwand. Okay, die machen da Terror. Nicht beißen lassen. Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Affen sind cool. Werfen mit Scheiße und so. Wir reiten alles. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja, hoffentlich sind die nicht alle tot. Gehen wir. Hey, Duff. Fireflies. Komm. Okay. Und jetzt zum Tor. Und jetzt steige ich erstmal ab. Ich bin gleich wieder da. Pass gut auf. Du auch. Aber immer doch. Aber immer doch. Das heißt, wir müssen wieder einen Generator finden. Eine Notiz. Der Campusplan. Auch wieder gigantisch hier. Alkohol. Alkohol. Mein Name ist Barney und ich bin Alkoholiker. Hell yeah. Die Simpsons. Tagebuchreine Studenten. Neun Gottverdammte Monate gewartet. Und immer. Haben wir noch nichts von der Last Guardian gehört? Nein. Okay. Nö, nö, nö. Ich habe im Speisersaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden. Doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur. Aber immer noch alles sicher. Batterien gehen langsam aus. Cheryl hat draußen gequalmt. Schön. Sie sagte, sie braucht das. Ja, das ist immer sehr intelligent zu rauchen. Nö, man muss vorhin die Steufefreude besorgen. Wahrscheinlich wird er das sein. Wie lange ging das wohl gut? Nicht lange, sonst würden die wahrscheinlich noch hier leben. Verdammt. Sporen. Hier sind Sporen? Sugar. Döp, döp. Jupp, hier unten sind Sporen. Ach, nö. Kalika. Kalika. Klicker müssen gekillt werden. Stehen drauf. Toll. Da ist genau neben mir noch einer. Und da und da und hier. Runner auch? Oder nur Klicker? Oder nur Klicker? Ruhig. Ramazama mache ich gleich mit dir. Oh, ja. Shotgun munition. Hell yeah. Gehen wir die Sache ruhig und langsam an. Drei. Ich finde das super, wenn man jeden Move wirklich planen muss schon. Denn wenn man ein Insekt wird... Klicker machen einen fertig. Obwohl wir könnten auch mal spaßeshalber einen Flammenwerfer benutzen. Boah, da hätte ich richtig Lust drauf. Machen wir das so einfach mal. Also dieses schwere Atmen gefällt mir gar nicht. Könnte ein Bloter sein. Ja, pfff. Also normalerweise müsste man... Die eigentlich hören, wenn die abnippeln. Den kriegen wir auch noch locker. Und den Bloter verbrennen wir. Na, läuft doch perfekt so. Ja, klick, klick, klack. Toraklicker. Ich dachte schon, er kommt in meine Richtung. Gute Nacht. Letzter Klicker. Danke für die Munition. Bloter. Du musst dran glauben. Aber einen Moment noch. Ich will nur gucken, was hier so ist. Ein Bloter ist nicht zu spaßen. Da ist dann... Wenn du llevst. Vielen Dank.